Willkommen bei Schminke, dem Spezialisten für feinste Künstlerfarben. Der Profi-Tipp von Schminke. Film ab! Hallo, mein Name ist Teresa Fritz. In diesem Video möchte ich Sie mit der Akademie Acryl Heavy Body von Schminke bekannt machen. Es gibt sie in über 35 brillanten, lichtechten Farbtönen und man erkennt sie sofort an dieser schwarzen Tube mit dem schwarzen Deckel. Nun, das Besondere an dieser Farbe ist, sie ist hoch, pastos und damit extrem strukturstabil. Das heißt, die Spuren, die ich auf meinen Bildern durchmalen, durchspachteln, durchkratzen, durch Abklatschtechniken usw. hinterlasse, bleiben genau so erhalten, wie ich sie gesetzt habe. Mit der Heavy Body kann man auf allen bekannten Malgründen arbeiten aus der Acrylmalerei. Einzig bei Papier sollten Sie darauf achten, dass es stärker ist als 450 Gramm. Selbstverständlich ist die Akademie Acryl Heavy Body von Schminke untereinander und mit allen anderen Acrylprodukten mischbar und kombinierbar. Jetzt zeige ich Ihnen, wie ich die Heavy Body in einer Collage verarbeite. Nein, aber weiter. Musik 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 Musik